so ich bin jetzt offen ich glaube nicht ob ihr es wisst aber ob es mir auch zugetraut habt aber ich bin hier oben auf den turm des frankfurter dobs hier sieht man sich schlecht hier ist die schöne sicht auf frankfurt der teil 1 hier ist das wunderschöne messeturm hier sieht man das messekalender allgemein und ich glaube da vorne wenn ich mich nicht irre ist die katharien kirche zumindest ist der turm zu sehen und hier sieht man ja noch die das tausengebirge da hinten die schlecht wegen den häusern und hier sieht man es wie gesagt auch noch mal ganz genau die stadt sieht ziemlich klein das ist aber recht groß hier noch mal teile davon zumindest ist jetzt irgendwelche windräder hier dieses wollen die spitzen die wirklich jetzt auch so sehr da ist die schöne europäische zentralbank da ist der mein schön zu sehen hier noch mal der mein da sind die unterhäuser des turms ganz weit vorne hier ist unsere also frankfurter herz marienkirche polnische gemeinde von sachsenhausen und hier ist alles was sich in richtung auf dem bach schon befindet so und da ist uns die klosterkirche film ich jetzt auch so und das war's ich bedanke mich fürs zuschauen